Diese Tierkreiszeichen sind von Gott geküsst worden und haben eine besondere Gabe. Jeder Mensch hat viele Gaben von Gott erhalten. Wir denken oft nicht darüber nach, bis wir mit einem Verlust konfrontiert werden, die Fähigkeit zu gehen, zu sehen. Jedes Tierkreiszeichen hat etwas anderes vom Himmel bekommen. Widder. Was für ein Geschenk hat der Widder erhalten? Menschen dieses Zeichens bekamen die Gabe, vorwärts zu bewegen, nicht aufhören, wenn irgendwelche Hindernisse entstehen. Verschiedene Schwierigkeiten nur stimulieren Widder, nicht aufgeben, und gehen sie auf den Traum. Außenstehende können das Gefühl haben, dass diese Zeichen durch eine unbekannte Kraft, die nicht zulässt, dass sie zu stoppen oder zurückdrehen geschoben werden. Es ist erwähnenswert, dass die Qualität der Widder, zu übernehmen und Menschen, die in der Nähe sind. Sie werden auch hartnäckig, zielstrebig. Auch Widder wissen, wie dankbar zu sein für das, was sie haben, und auch wissen, was sie für das Glück brauchen. Und sie wissen, wie sie aufrichtig darum bitten können. Ehrliche Wohlmeinende können andere inspirieren und führen. Manchmal sind wieder zu stur, aber diese Eigenschaft hilft ihnen auch, das zu erreichen, was sie wollen. Sie wissen, dass alles gut werden wird und glauben von ganzem Herzen daran. Und dieser Glaube gibt ihnen die Kraft, alle Hindernisse zu überwinden. Außerdem gibt dieses Zeichen allen anderen Sternzeichen ein Gefühl der Zuversicht. Das Einzige, was man mit den Widdern machen kann und sollte, ist, sie zu lieben. Diese Menschen erheben sich selbst aus der Asche und wissen, wie sie sich retten können. Dies zeugt von der Offenheit und Größe der Seele. Stier Jeder Stier hat einzigartige Gaben. In Vertretern dieses Zeichens des Tierkreises ist immer spürbar die sehr Hartnäckigkeit, die ihnen hilft, ihre Ziele zu erreichen. Zusammen mit diesem Aspekt ihres Charakters kann Schwierigkeiten in den Beziehungen mit anderen Menschen verursachen. Nichtsdestotrotz ist der Stier in der Lage, seine negativen Seiten zu seinen Gunsten zu wenden, besonders wenn er etwas beweisen muss. Menschen, die in diesem Zeichen geboren sind, setzen alles daran, ihre Ziele zu erreichen. Viele Stiere haben eine starke körperliche Gesundheit, aber das Geschenk der höheren Mächte ist ihr unverwüstlicher Charakter, dank dem sie ihre Ziele immer erreichen. Ganz gleich, wie schwierig die Situation ist oder wie stark ihre Gegner sind, ihre innere Stärke hilft ihnen, sich zu behaupten und Schritt für Schritt zum Erfolg zu kommen. Sie haben auch das Talent, sich selbst eine anständige Existenz zu sichern. Menschen, die in diesem Zeichen geboren sind, können ihren Leben zeigen, wie sie sie sehen, was jedoch nicht immer zu positiven Ergebnissen führt, da ihre offenen Seelen versuchen, sich hinter einer Maske aus Wut und Bosheit zu verstecken, was es schwierig macht, ihre Freiheit zu verteidigen, die im Übrigen niemand bestreitet. Infolgedessen spüren die Menschen um sie herum ihren Einfluss, bewerten ihn aber nicht immer positiv. Zwillinge Jeder Zwilling hat einzigartige Gaben, die oft als Dualität des Charakters wahrgenommen werden. Abgesehen von dieser Eigenschaft haben sie jedoch die Fähigkeit, sich auf die richtige Aufgabe oder das richtige Objekt zu konzentrieren, während ihre Gabe ihnen hilft, ihre Ziele beharrlich zu verfolgen. Die Zwillinge sind auch für ihren natürlichen Charme bekannt, mit dem sie ihre Gesprächspartner mit einem einzigen Blick in ihren Band ziehen können. Dank dieses Charmes kennen sie fast jedes persönliche Geheimnis und zeigen in verschiedenen Situationen eine erstaunliche Intuition. Ihre Fähigkeit, in allem zu überzeugen und nützliche Informationen zu finden, erlaubt es ihnen, eine wichtige Rolle bei Verhandlungen zu spielen und die richtigen Verbindungen zu finden, sowie sich verschiedenen Teams anzuschließen und lange Stunden auf der Suche nach allen notwendigen Informationen zu verbringen. Krebs Auf der anderen Seite haben Krebs die seltene Gabe der Vergebung und des Erbarmens. Sie sind in der Lage, ihren Schuldigern zu vergeben und ihnen Mitgefühl zu zeigen, obwohl sie selbst die Schuldgefühle, die sie anderen zugefügt haben, nicht ertragen können. Sie hängen besonders an ihren Lieben und sind bereit, fast alles für sie zu tun, ohne einen materiellen Gewinn zu erwarten. Aufgrund ihrer ausgeprägten intellektuellen Fähigkeiten verfügen Krebse über eine ausgeprägte Intuition und können oft kommende Probleme vorhersehen und andere davor warnen. Löwe Löwen Menschen, die in diesem Zeichen geboren sind, strahlen die Kraft des Löwen, Festigkeit, Vertrauen und Stabilität in jeder Lebenssituation aus. Sie sind zuverlässige Partner und treue Freunde, auf die man sich immer verlassen kann. Löwen genießen den Respekt der anderen. Sie haben ein Selbstwertgefühl, das ihnen hilft, sich selbst zu lieben, Glück zu empfinden und ihr Potenzial zu verwirklichen und die Schwierigkeiten des Lebens zu überwinden. Dieses innere Vertrauen ermöglicht es ihnen, erfolgreiche Geschäftsbeziehungen aufzubauen und glückliche Familien zu gründen. Sie gehen erfolgreich voran und sind nicht gierig nach ihrer Erfahrung und Weisheit, sondern bereit, anderen zu helfen und ihr Wissen zu teilen. Löwen haben eine einzigartige Gabe, nämlich die Fähigkeit, Menschen auf sich aufmerksam zu machen, trotz ihres nicht immer einfachen Verhaltens. Sie brauchen keine besonderen Anstrengungen zu unternehmen, um ihren sozialen Kreis zu erweitern. Freunde und Gleichgesinnte finden von selbst ihren Weg zu ihnen. Jungfrau Jungfrauen haben die erstaunliche Fähigkeit, fast jeden zu verstehen, egal ob es sich um historische Persönlichkeiten oder normale Menschen handelt. Diese Fähigkeit, sich anzupassen und neue Fähigkeiten schnell zu erlernen, macht sie zu großartigen Gesprächspartnern. Wir alle müssen uns von Zeit zu Zeit an neue Umstände anpassen, von der Kindheit und dem Erwachsensein bis hin zum Familienleben, dem Weggang der Eltern, beruflichen Veränderungen, wirtschaftlichen und persönlichen Krisen. Den Jungfrauen fällt es jedoch aufgrund ihrer einzigartigen Gabe am leichtesten, sich an diese Veränderungen anzupassen. Diese Fähigkeit hilft ihnen, innere Harmonie zu bewahren, fruchtbare Beziehungen zu anderen aufzubauen und wichtige Verbindungen zu entwickeln. Dadurch sind sie in der Lage, trotz schwieriger Umstände zu erreichen, was sie wollen. Waage Menschen, die im Zeichen der Waage geboren sind, besitzen eine der wichtigsten Tugenden, die Gerechtigkeit. Sie haben ihre eigenen Lebensregeln und Anforderungen, die sie zu befolgen versuchen, um sich von den Extremen der Naturgesetze, die die Vernichtung der Schwachen fordern, fernzuhalten. Waagen sind immer für Gerechtigkeit und können sowohl mit sich selbst als auch mit anderen streng sein, was es ihnen ermöglicht, selbstbewusst voranzugehen, ohne sich für ihre Handlungen schämen zu müssen. Sie haben auch die einzigartige Fähigkeit, das Schöne in den gewöhnlichen Dingen zu sehen und es zu preisen. Solche Menschen mit kreativem Potenzial können berühmte Künstler, Dichter oder Schriftsteller werden. Waagen haben eine seltene Gabe, nämlich die Fähigkeit, aus einfachen Dingen etwas Großartiges zu schaffen und die wahre Schönheit der Welt um sie herum zu bewundern. Ihre Fähigkeit, die Feinheiten der Kunst zu erkennen, hilft ihnen, diese Sensibilität ihr ganzes Leben lang zu bewahren. Skorpion Skorpione haben eine erstaunliche Gabe, sie sind in der Lage, in jeder Situation die positiven Aspekte zu finden. Diese besondere Gabe ermöglicht es ihnen, unglaublich optimistisch, unterstützend und inspirierend für ihre Mitmenschen zu sein. Skorpione haben eine einzigartige Fähigkeit, mit anderen Menschen eine gemeinsame Basis zu finden, da sie sich auf das Positive konzentrieren können. Dies ermöglicht es ihnen, Herausforderungen mit außerordentlicher Zähigkeit und einer fast unverwüstlichen Ruhe zu meistern. Ihre unglaubliche Tapferkeit hilft ihnen, Hindernisse in verschiedenen Lebensbereichen erfolgreich zu überwinden, und viele von ihnen erreichen durch ihre leidenschaftliche, aber gründliche Arbeit Großes. Diese Gabe verleiht ihnen die Fähigkeit, nicht nur hart zu arbeiten, sondern ihre ganze Seele und Leidenschaft in ihre Arbeit zu stecken, was zu ihrem Erfolg beiträgt und es ihnen ermöglicht, nicht nur eine erfolgreiche Karriere aufzubauen, sondern auch in ihrem Privatleben Glück zu finden. Eine weitere einzigartige Gabe der Skorpione ist ihre Fähigkeit, Menschen zu verstehen und ihr wahres Wesen zu erkennen. Sie sind selten von anderen enttäuscht, da sie wissen, was sie von ihnen erwarten können und was nicht. Obwohl diese Fähigkeit, die menschliche Seele zu verstehen und zu durchdringen, sie manchmal traurig macht, ziehen sie Wahrheit und tiefes Verständnis trügerischen Illusionen vor. Schütze Jeder hat Momente im Leben, in denen alles schrecklich erscheint, in denen ein Problem auf das andere folgt und es scheint, als gäbe es keinen Ausweg aus diesem Albtraum. Aber Schütze haben eine einzigartige Gabe, Hilfe kommt immer rechtzeitig zu ihnen. Sie sind sich sicher, dass sie auf die höheren Mächte zählen können, die sie nie verlassen werden, was ihnen hilft, optimistisch zu bleiben und an das Beste zu glauben. Dieser Glaube hilft ihnen nicht nur, Schwierigkeiten zu überwinden, sondern auch, andere zu unterstützen, Hoffnung und Freude zu wecken. Schützen sind außerdem mit einer erstaunlichen Fähigkeit ausgestattet, Informationen aufzunehmen und effektiv zu verwerten. Sie scheinen Wissen aufzusaugen und verstehen schnell, was vor sich geht und treffen sofortige und richtige Entscheidungen. Diese Gabe mag auf den ersten Blick nicht auffallen, aber wenn man genau hinschaut, wird man feststellen, dass die Vertreter dieses Zeichens nie auf der Stelle treten, sondern immer mit dem Fortschritt Schritt halten, was sie zu erfolgreichen Unternehmern und einflussreichen Persönlichkeiten macht. Steinbock Jeder Mensch hat seine eigenen Werte und Prioritäten. Für Vertreter des Zeichens Steinbock ist der Erfolg im Leben jedoch von besonderer Bedeutung. Es sind Ausdauer und Arbeit, die ihnen helfen, das zu erreichen, was sie sich wünschen. Selbst wenn der Erfolg für jemanden gewöhnlich erscheint, wird er für Steinböcke zu einer Art Geschenk des Schicksals, obwohl sie wissen, wie sehr sie dafür arbeiten mussten. Ihr Fleiß hilft ihnen, ihre Träume zu verwirklichen und für die Bedürfnisse ihrer Liebsten zu sorgen. Eine der wichtigsten Gaben der Steinböcke ist ihre Lebensweisheit. Sie wissen, wie sie ihre Lebenserfahrungen zum eigenen Vorteil und zum Vorteil ihrer Lieben nutzen können. Ihre Ratschläge sind wertvoll und nützlich, denn sie strahlen Weisheit aus, die sie durch eine geduldige Einstellung zum Leben und zu Erfahrungen gesammelt haben. Steinböcke sind auch für ihre Geduld bekannt, sie hören anderen aufmerksam zu und zeigen Verständnis und Respekt für die Sichtweise ihres Gegenübers. Diese Eigenschaften machen sie zu einer wichtigen Bezugsperson im Leben ihrer Lieben, denn ihre Ratschläge sind stets frei von Wertungen und Vorurteilen. Wassermann Menschen, die im Zeichen des Wassermanns geboren sind, erkennen oft schon in der Kindheit, dass sie anders sind als andere und dass es für sie schwierig ist, sich mit anderen zu verständigen. Die Einzigartigkeit ist für sie jedoch kein Selbstzweck, sondern eher eine Folge bestimmter Handlungen. Mit dem Erwerb von Erfahrung und Wissen in verschiedenen Bereichen entwickeln Wassermänner ihre intellektuellen Fähigkeiten, planen und analysieren, wodurch sie finanzielle Ziele erreichen und eine Vielzahl von Schwierigkeiten erfolgreich überwinden. Ein wichtiger Aspekt des Wassermanns ist seine Fähigkeit, potenzielle Feinde in gute Freunde zu verwandeln, auch wenn viele versuchen, ihn nicht zu mögen. Ihre Intelligenz und ihre analytischen Fähigkeiten ermöglichen es ihnen, Informationen zu verarbeiten und das Wesentliche zu erkennen, was ihnen in verschiedenen Aspekten des Lebens hilft. Ihre Fähigkeiten machen sie nach Ansicht der Astrologen zu wunderbaren Unternehmern, die in der Lage sind, gezielte Analysen durchzuführen und Informationen zu verarbeiten. Fische Fische haben eine einzigartige Gabe, nämlich die Fähigkeit zu fantasieren. Auch wenn sie auf den ersten Blick nutzlos erscheint, spielt die Fantasie eine Schlüsselrolle in unserer Zivilisation, denn sie hilft uns, neue Dinge zu erfinden und macht uns glücklicher. Die Fähigkeit, kreativ zu denken, ermöglicht es ihnen, Probleme auf kreative Weise zu lösen, unkonventionelle Auswege aus Situationen zu finden und sich etwas Neues einfallen zu lassen. Menschen, die im Zeichen der Fische geboren sind, bleiben ihren Idealen und Prinzipien treu und lassen sich nicht von den Umständen treiben. Sie zögern nicht, verschiedene Methoden anzuwenden, um ihre Ziele zu erreichen. Ihr erfolgreiches Vorankommen im Leben ist auf ihre Fähigkeit zurückzuführen, ihre Ziele schnell und sicher zu erreichen, sowie auf eine Menge nützlicher Bekanntschaften und Verbindungen, die ihnen helfen.